Hier wird ein ca. 2043 Quadratmeter Büro zur Miete angeboten. Es befindet sich in Erkrad. Das Haus wurde 1991 erbaut. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 15.935,40 Euro. Die Nebenkosten belaufen sich auf monatlich 4.290,30 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017